Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Hebschermeier, Paterrapport bzw. Coach in Hamburg, Berlin in der Nähe von München. Ja, letztes Wochenende vorm Lockdown. Egal, ziehen wir durch jetzt. Also, immer noch Liebeskummerwoche, immer noch gibt es meine beiden Liebeskummermodule etwas vergünstigt mit so einem 10-Euro-Gutschein. Dann Code Liebe, packe ich hier nochmal unten drunter. Und man kann logischerweise noch die gerade erstartende Selbstliebe-Challenge 2 einstarten. Und auch der Adventskalender wirft schon seine Schatten voraus, so langsam. Gut, wir haben die Frage, wie kann ich über meinen Ego-Liebeskummer hinwegkommen, so war die Frage formuliert. Ich habe mich verliebt, er sich nicht. Ja, also da gibt es eigentlich, wie auf so viele Sachen eigentlich, eine ganz einfache Antwort drauf. Die aber, wie es immer so ist, bei den einfachen Sachen manchmal schwer umzusetzen ist. Beziehungsweise ist es so ein Step, dahin zu kommen. Also, unser ganzer Psycho, die wird wirklich viel eben dirigiert von Glaubenssätzen, Einstellungen und so weiter. Und ja, natürlich ist es blöd, wenn man sich selber verliebt hat und der andere hat sich nicht verliebt. Aber warum hängen wir da so daran fest? Also, das sind halt viel eben dann doch irgendwie so Muster, dass wir, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht eine eigene Bindungsangst haben. Vielleicht es lieben, nicht verfügbaren Männern und Frauen hinterher zu laufen. Also, lieben im Sinne von kennen wir, haben wir in der Kindheit schon gehabt. Beziehungsweise, es können Selbstwertthemen sein, wobei auch, dass Selbstwertthemen können alle Menschen haben. Selbstwertthemen können auch Menschen haben, wo jeder sagen würde, hey, das ist ja total attraktiver Mensch, jung, attraktiv. Aber ja, die haben manchmal viel mehr Selbstwertprobleme. Also, ja, dass man denkt, ich finde niemand Besseres, was da auch wieder ein Glaubenssatz ist. Oder ich kann ihn auch überzeugen. Oder der Glaubenssatz, das ist ganz schlimm. Oder wie lange so etwas jetzt dauern, dass sich jeder jemanden findet. Oder, was ich ja schon x-mal gesagt habe, war das geilste Snickers im Automaten. Und ja, es ist natürlich Quatsch irgendwie. Das Leben geht weiter und gute Glaubenssätze wären halt, mal zu überlegen, was bringt mir das? Also, wenn sich einer verliebt hat, der andere nicht, hat es halt nicht gepasst. Fertig. Next. Wann kommt der nächste Bus? Irgendwie Leben geht weiter. Das ist die richtige Einstellung dazu. Klar, ist das für jeden doof, traurig erstmal. Aber es bringt ja eh nichts. Also, man hat ja nichts davon. Also, es ist so ein bisschen wie, ich hätte gern bestimmtes Spielzeug, aber das gibt es nur in Tokio. Ja, kann ich mich jetzt jahrelang darüber aufregen, wieso gibt es das Spielzeug nicht hier? Wieso gibt es das so in Tokio? Macht man ja auch nicht, ne? Das gibt es halt nicht. Fertig, ne? Und ja, so ähnlich ist es auch, ne? Einer hat sich verliebt, der andere nicht. Und das ist das Ego manchmal. Das hängt auch mit dem Bestes, Nickers und Automaten zusammen, dass man das denkt, ne? Also, beziehungsweise, dass man, es ist ja in Ordnung, hohe Ansprüche zu haben, ne? Also, und dass man meint, ja, ich hätte gern jemand ganz so Besonderes, und das war jetzt jemand ganz Besonderes, aber man kann sich auch sagen, aber ich weiß, das ist eben nicht so leicht, habe ich schon mal in mein Leben gezogen, habe ich mich schon mal manifestiert, kann ich mir auch nochmal manifestieren. Habe schon mal einen Snickers gegessen, da wird noch ein Snickers im Automaten sein. Ist jetzt ein bisschen drastisch formuliert, aber manchmal hilft das ja, sich das einem klarzumachen, aber mir ist natürlich völlig klar, dass das keineswegs leicht ist, aber es ist eben Liebeskummer auch immer wieder ein Hinweis darauf, dass es eben noch Sachen zu bearbeiten gibt an Selbstwert, Glaubenssätzen, nicht genug Selbstliebe haben im Sinne von, jetzt gar nicht sich selber gut zu behandeln, sondern nicht so einen eigenen Zugang zu haben, weil das ganze Universum liebt uns, sozusagen das Universum liebt uns irgendwie, ne, das ist, und das, wenn man das mehr fühlen kann, dann kann man sich geliebt fühlen, auch ohne in der Brandeschaft zu sein, so, ne, beziehungsweise kann, ja, kann sich teilweise, das ist auch, wenn man viel an der Selbstliebe gearbeitet hat, gibt es auch so Tage, wo man das Gefühl hat, ich bin verliebt ins Leben, verliebt in die Welt, verliebt in, ich will jetzt nicht sagen verliebt in mich, aber das hört sich so an nach selbstverliebt, negativ, aber, ähm, ja, also, wo man einfach denkt, boah, ist das ja übersprudelnd hier alles irgendwie, ne, ähm, und wenn man da mehr Zugang hat, dann ist es natürlich auch, äh, das ist natürlich immer noch total schön, in der Partnerschaft zu sein, aber es ist nicht mehr, diese, diese Distanz ist ja nicht mehr so groß, ne, es ist auch wieder Stichwort, nice, geiles Leben, also Liebeskummer hängt auch einfach ganz stark davon ab, wie viel nice, geiles Leben hast du so, ne, wie, wie schön sind deine anderen Lebensbereiche aufgestellt, insofern ist Liebeskummer eben immer auch ein Aufruf, was ist los in deinem Leben, dass du so schlimmen Liebeskummer hast, ist konstruktiver, als zu sagen, ich habe so schlimmen Liebeskummer, weil, das war jetzt die Frau, obwohl sie heiß-kalt und hat mich scheiße behandelt und, äh, aber es ist die Frau oder es ist der Mann, obwohl ich war immer fremd geflirtet und, ähm, mich betrogen und, ähm, will mich nicht haben und, äh, kommt nicht pünktlich und, äh, und trennt sich nicht von seiner Frau oder, aber es ist der Mann, das ist nicht hilfreich, ne, ist ganz viel da oben im Kopf, finde ich, ist eine Sache, auch das, ähm, und dieses aber das zu verstehen, natürlich ist das ein Prozess, ne, also, ähm, ich, das ist, gehe ich auch durch, bin nicht durchgegangen, müssen wir alle durchgehen, ähm, so what, aber macht doch irgendwie auch Spaß an sich selbst zu arbeiten, oder nicht, gell, können auch noch ein paar einen Manifestationskurs kommen, der ist im Moment noch offen, da haben wir auch eine Menge Spaß und packe ich auch nochmal drunter und wir werden uns bald fucking wiedersehen.